h h hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mb2 Spezialeinheiten mit dem Wert den Vollkontost adios Erik warte jetzt erst wir müssen erstmal leises Niki-Piki vorgehen wir machen nämlich ganz da also leise pssch und mir natürlich dem Oliver adios Trigger ganz leise ganz leise warte hier ich seh keinen ich aber du musst Ausschau halten ich muss sagen Spezialeinheiten im Singleplayer habe ich diese Mission hier beim ersten Mal geschafft ok folg mir langsam am besten nur schleichen und nicht drin ja ich schleiche auch nur wir sind da hinten ok das sind drei Leute jetzt komm hier in Busch das Problem bei Hunden ist die könnte ich auch orten wenn du dann vorbeiläust das ist ein Hund der wird uns mehr erst bemerken das ist ein Hund der wird uns mehr erst bemerken aber ok siehst du die zwei Typen die da stehen ja welchen machst du ich mach rechts ok ich mach nicht eins zwei drei ich hab grad ich mach rechts ja ich hab links gemacht nice lauf 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 ich hab links gemacht genick gebrochen du scheiße töhle scheiße ok ich betone also ich hab den rechten gemacht ich weiß noch nicht wo du im Auto ich hab den linken gemacht wahrscheinlich waren da drei Leute keine zwei dann müssen es drei sein aber bei mir ich hab den linken ok scheiße ich bin schon zu weit gelogen ich bin wegen leise ganz leise jetzt hab ich jetzt secondary usp LEISE was ganz leise da bist du laut ok jetzt wieder hier links in dieses Gebüsch ich geh auch immer mit dir ins Gebüsch dann machen wir als erstes den Typen mit seinem Hund laufen rechts rum und wir gehen wir gehen wir gehen wir gehen wir wir gehen wir gehen ist da wurde steuerlich okay dann mache ich den linken 3 so gut schön dass immer bin leer geschossen wenn sich das magazin wechseln wachst du den hund oder den kerl dahinter sind noch zwei leute ich mache den hund und dahinter siehst du die zwei leute ok ich mache den hund und einen typen links dann mache ich die rechte flanke 321 toll sie haben sich sofort hingeschossen das magazin geschmissen scheiße ich bin schon jetzt nicht so weit gelaufen gut hier erst mal warten dies liefst was die hören was du bist ja britte ich geht durch die britische plack auf deinen chili war jetzt auch die schmählen spiegs denn hier wieder warten bis man mit und vorbeiläuft wollen wir dies mit dem mann und hund machen ich gebe das zeichen da kommt wie gern würde ich mehr russisch können um die besser zu verstehen siehst du mann ich mach den hund ich kann aber kein heller verpassen siehst du den hund ein hund ja dann mache ich den mann ok 321 captain preis oder der bessere kehrt und die mit ihm zu spielen du scheiße da sind die zwei typen die freunde stein und links davon ist wahrscheinlich dass noch weitere rechts so dann die leistete mit dem hund okay pass auf schaffst du es die beiden leute recht zu machen beide leute ich sie nur ein rechts dann mache ich die beiden leute richtig so hund und mann links da hat die links meinst du die hinter den bäumen sind in der däne da stehen zu weiter ich da sind das sind zwei rechts und links ist man mit und dann mache ich die zwei leute ich hier versuche ich hast du es ich denke schon 321 ich meine das ist eine auto sniper mit der sollte es keine probleme machen ich glaube warte ich hier heute hier es ist mir zu ratten zeichen gegeben weiter zu laufen er hat ein spieler ist natürlich von vorteil kein knurren oder sowas das bin ich ein wagen oder ja das auf wir warten hier der typ geht weiter gut ich sehe mit mann mit hund hinterm gebüsch und dahinter stehen gleich drei 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 wird dadurch kommen schon schwer wenn man mit hund weg macht dann checken sich die leute die dreist nicht außerdem sind da drei leute ich kann links die zwei leute mit hund weg machen und du rechts die zwei männer ok ok ich sollte links die zwei leute mit hund und du rechts zwei leute ok bereit ja ok 321 1 ok 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 321 ok los 2 saubere platzschüsse ok 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 ich sag vielen dank fürs zuschauen wir schauen doch beim nächsten mal wieder rein wir werden wir weitermachen mit der mittlerweile sechsten bis hin fünften sechsten keine ahnung bis dann tschüss 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 tschüss